Univore ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass auch rundenbasierte Strategiespiele begeistern können. Es gibt drei verschiedene Völker – Menschen, Maschinen und Aliens. Ziel des Spiels ist es, alle feindlichen Städte einzunehmen. Das Highlight bei Univore ist der Mehrspielermodus. Univore gibt es kostenlos für Android und iOS, die Werbung kann mitunter etwas aufdringlich werden. The Battle of Polytopia ist ein liebevoll gemachtes, rundenbasiertes Strategiespiel und hat sich bereits eine große Fangemeinde aufgebaut. Die Spielwelt besteht aus einer Reihe von Kacheln, die Ressourcen beherbergen. Die Aufgabe besteht darin, diese auszubeuten und das eigene Einflussgebiet zu vergrößern. The Battle of Polytopia ist kostenlos erhältlich, wie üblich gibt es aber In-App-Käufe. Beim Anblick der minimalistischen Spielgrafik von Antijoy werden viele erstmal mit den Schultern zucken. Das sollte jedoch niemanden abschrecken, denn bei Antijoy geht es um pure Strategie. In erster Linie muss man so viele der hexagonalen Felder wie möglich einnehmen. Denn sind diese einmal in der eigenen Hand, bringen sie Geld. Mit einfachen Regeln hat der Entwickler Yotro ein süchtig machendes Spiel für Strategie-Fans geschaffen. Antijoy ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Und das Beste dabei, weder Werbung noch In-App-Käufe stören das Spielerlebnis. Und das Beste dabei, weder Werbung noch In-App-Käufe. Vielen Dank.